Während einer arbeitsreichen Nacht haben sich die Schranken plötzlich gehoben, sind die Schleier gefallen und ich konnte alles mit dem Blick durchdringen. Vom Detail der Neurosen bis zu den Bedingungen des Bewusstseins. Alles schien zusammen zu passen. Alle Rädchen griffen ineinander. Man hatte den Eindruck einer Maschine, die bald laufen würde. Ich bin außer mir vor Freude. Herzlich, dein Sigmund.